Auf 18 Löchern legt ein Golfer 6 bis 8 Kilometer zurück und bewegt dabei 124 Muskeln. Im Schnitt benötigt er 90 bis 100 Schläge und verbraucht dabei etwa 1200 Kalorien. So viel wie ein Jogger in 70 bis 80 Minuten. Gerade Amateurspieler unterschätzen häufig die körperlichen Belastungen, verzichten in der Regel auf ein sinnvolles Aufwärmprogramm und starten sofort mit dem ersten Abschlag voll durch. Dr. Christian Kienast, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ist selbst leidenschaftlicher Golfer und kennt die schlechten Angewohnheiten vieler Spieler nur zu gut. Als Sportmediziner im Orthopädiezentrum Arabella Park in München ist er häufig mit den Folgen vernachlässigter Fitness konfrontiert. Man überstrapaziert die Wirbelsäule. Wichtige Verletzung beim Golfen ist auch das Handgelenk, Knie und Überbeanspruchungserscheinungen an den Füßen. In zahlreichen Videobeiträgen motiviert Dr. Kienast gemeinsam mit dem PGA Health Pro David Graskamp den Sportler und Golfer, für die eigene Fitness aktiv etwas zu tun. Im Zuge seiner Leidenschaft für den Sport hat der Mediziner das Orthopädiezentrum Arabella Park als zertifizierte Golf Medical Clinic positioniert. Dieses Gütesiegel wird von der European Association Golf Physiotherapy e.V. im Rahmen umfassender Fortbildungsmaßnahmen verliehen. Das breite Spektrum der Schulungsinhalte zu gesundem Golfen deckt sportliche, biomechanische und gesundheitliche Aspekte ab. In der theoretischen Schulungseinheit steht der individuelle biomechanisch optimierte Golfschwung im Mittelpunkt, um so dem Sportler wieder zum beschwerdefreien Spiel zu verhelfen und dieses zu optimieren. Im Rahmen der Sportphysiotherapie bietet das umfangreiche Schulungsmaterial Einblick in die Beratung, Behandlung und Prävention. Im praktischen Golf Physical Training stehen Übungen im Mittelpunkt, die Beweglichkeit, Kraft, Kondition und eine Steigerung der propriozeptiven Leistung fördern. Dieses Wissen findet sich nun im Orthopädiezentrum Arabella Park wieder. Ein Zentrum, das die Beschwerden des Golfsportlers kennt und zielsicher behandelt. Im Vorstehen